Na alle zusammen, hier ist wieder heute La und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Uns wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren. Heute wollen wir mal wieder ein paar Kisten vom Demon Hunter aufmachen. Und dazu habe ich wieder insgesamt 20 zusammengesammelt. Und ja, wir brauchen insgesamt noch 4 Items. Einmal den Kopf, dann Handgelenke, die Brust und Schultern. Beim Demon Hunter war das ja ein bisschen komischer als bei den anderen. Da gibt es glaube ich immer 2 Items pro Slot. Und ja, mal gucken ob wir Glück haben so die letzten Dinge rauszukriegen. 20 Kisten. Let's go, hätte ich gesagt. Gut, erste Kiste. Sieht schon mal eher schlecht aus, da haben wir eine Klebe bekommen. Die zweite Kiste, ein Hals. Okay, das geht schon mal nicht gut los. Dann ein Trinket, das brauchen wir auch nicht. Noch eine Klebe. Einen Ring, okay, das brauchen wir auch nicht. Stiefel, die hatten wir auch schon, okay. Noch ein Trinket. Oh weia, ich sehe meine Fälle, das vor allem schwimmen. Nochmal eine Waffe. Noch eine Waffe. Noch eine Waffe. Auch Chrom. Einen Umhang. Eine Tali. Okay, das ist anscheinend... Ah ne, das war hier Kopf, das sieht so ähnlich aus. Dann haben wir einen Hals, den brauchen wir auch nicht. Noch eine Waffe. Noch eine Waffe, so zahlen wir noch 5 Kisten. Und dann ist Feierabend. Ich hoffe, dass wir wenigstens nur ein Item kriegen. Noch eine Waffe. Einen Umhang. Oh boy, das ist nicht gut. Was ist das hier? Das ist ein Kopf, aber das ist der falsche. Seht ihr, da gibt es jeweils zwei Items. Dann Schuhe. Und das letzte ist einmal eine Waffe. Also das war jetzt eine ziemliche Nullnummer. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob das vielleicht auch was mit der Beutespezialisierung zu tun hat. Ich mach jetzt mal fürs nächste Mal auf Wrachsucht. Und guck, ob ich da was rauskrieg. Aber ja, das war jetzt mal 20 Kisten für die Katz. Schade, so ist das manchmal. Ich werd wieder ein bisschen was farmen. Und ja, sobald ich wieder genug hab, melde ich mich wieder. Eutela. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.